Die deutsche Rentenversicherung, meine Altersrente, mit einmal im Voraus auszahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um Mitteilung, ob es möglich ist, dass mir Renten bis zu einem gewissen vorgesehenen Alter, zum Beispiel bis zum 80. Lebensjahr, alle im Voraus zur Zahlung erbracht werden. Ich habe eine sehr kleine Rente, vielleicht wäre es auch für die deutsche Rentenversicherung einfacher, dass man mir die Rente im Voraus zur Zahlung bringt. So eine Anfrage, die ich am 15. Juni 2022 über das Internet erhalten habe. Nein, so einfach geht es nicht. Eine Einmalzahlung wie eine Kapitalzahlung bei einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung darf die gesetzliche Rentenversicherung bei Altersrenten grundsätzlich nicht vornehmen. Die Altersrente wird laut Gesetz immer als monatliche Rente gezahlt und auch berechnet. Eine Einmalzahlung oder Vorauszahlung oder Kapitalauszahlung der Altersrente ist rechtlich nicht möglich. Hingegen bei der gesetzlichen Unfallrente eine Abfindungszahlung rechtlich möglich ist, wie aber auch eine Abfindung bei einer Witwen- oder Witwerrente bei der sogenannten Wiederheirat. Damit ist für unseren Kunden und auch für sie klar, dass eine Einmalzahlung der gesamten Rente nach geltendem Recht bei Altersrenten und bei Erwerbsminderungsrenten grundsätzlich nicht möglich sind. Näher aus zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen eine Rente nach Götter und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen eine Rente nach Götter und Rentenberater Peter Knöppel